hallo leute herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem youtube channel ich bin heute mal wieder im wunderschönen setzen unterwegs auf meinen home trades und ja herrliches wetter jetzt weiß ich es euch mal aber ihr werdet es ja gleich ihr sehen ja heute alleine ich werde euch heute noch einen neuen trail zeigen einen werde ich weglassen vom letzten video da habe ich die woche mit max noch gefunden beziehungsweise bin ich mit max dann auch gefahren dass es ihn gibt also ähnlich dass es ihn gibt wusste ich ja ich würde auf jeden fall sagen heute viel spaß mit dem video video ab dafür so 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 Ich kann es nicht so viel machen. Ja, komm, komm, komm. so super, erstmal nichts sehen, Brille beschlägt herhoff, fängt ja schon gut an ich hab vorne fast weg, alter Spick viel geiler wäre es, wenn es zu minus 10 Grad oder so wäre dann wäre der Boden wenigstens schön fest also hier gibt es verschiedene Lines geradeaus ist der Sprung, zeige ich euch ein anderes Mal hier ist auch ein kleiner Sprung, da gibt es am nächsten eine Line da gibt es meine Schwede Okay. Das ist übel, wie mein Löcher rutscht einfach vorne. Ich würde sagen, weiter geht's. Hier waren Fußgänger unterwegs. Da müssen wir noch ein bisschen aufpassen. So Leute, das war's. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Tschö tschö.